So meine Freunde, wieder dabei, Akku war leer, dritter Akku reingepackt, letzte Etappe, Phantom abgehängt, Gimbal macht auch schon wieder Mucken. Oh! Tata-tata! What? I don't know how done the water. Ha? Wunderstand, was I will. Gut! Es wird halt wärmer, sonst sind es schon so 3 Grad oder 2, gefühlt auf jeden Fall. Das ist ja eh nur 3,5 Kilometer bis zur Rasensburg, dann was haben wir dann noch einen Kilometer wieder zurück? Du weißt ja, wir waren eben nicht weit, wir waren nicht weit von 1,5 Kilometer oder so. Ja, dann wären wir halt. Was sagt denn die Uhr, Rob? Wie wurden wir gehabt? Super Zeit, ja. Gute Zeit. Ja. Dann ziehen wir uns dann noch einen schönen Kaffee rein, Käse, Kuchen. Ja. Ja. Die Traditionen sollen wir bewahren. Ja, sehe ich auch so. Der Kompass dreht sich im Kreis. Genau. Gehen wir mal noch ein bisschen tiefer. Malz. Dann sind wir mal noch ein Wandersmann. Malz. Malz. Warte, hier ist rechts hier. Steht da. 3,3 Kilometer noch. Der übt bestimmt auch für den Sommer, für eine große Wanderung. Ob er den Rucksack noch tragen kann. Ja, weiß ich doch nicht. Kennst du dich? Nein, kenne ich nicht. Hast du deine Angel dabei? Oder ein Fischnetz? Nein, habe ich nicht. Jetzt wie heute Abend, frischer Fisch. 28.500. Ja, du bist schon so ein kleiner Angeber. 50 machen wir heute noch fast. Ja, mach mal. Alles was du willst. Ich werde dich nicht aufhalten. Nein, ich denke nicht. Diese Woche geht gar nicht. Mir reichen die 15. Nach einer Woche nichts tun. Naja, nichts tun kann man nicht. Meine 10.000 Schritte habe ich trotzdem noch jeden Tag gemacht. Ein kleiner Spaziergang musste ich trotzdem machen. Das ging gar nicht. Die ganze Zeit nur Release. Das ist einfach nur Mist. Das tut die ganzen Knochen weh. Aber ich will nicht rumweinen. Ich hatte eine richtige Männergrippe gehabt. Quasi der Kopf unterm Arm. Keiner hat mich gepflegt. Keiner hat sich informiert, wie es mir geht. Ich wusste gar nicht, dass du die ganze Woche krank gefühlt warst. Ja, ich konnte ja nicht schreiben, weil ich so krank war. Ja, 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 ja. Nein, alles gut. War echt beeindruckend, wie schnell. Ich hatte eigentlich auch nur... Du hast dich doch im letzten Woche schon angedeutet. Ja, ich weiß nicht. Hat sich angedeutet und... Ein guter Körper damit klar kam. Naja, sei doch froh, dass die Füße in den Touren waren. Ja, ne, passt ja. Und übersorgen an den Scheiß. Ja, das stimmt. Ja. So, da ist der Hezebazia. Mensch, da sind wir jetzt einmal hier im Kreise. Vorhin sind wir doch da lang gegangen. Jo. Ist ja toll. Ja. Ja, die Seen, die kennen wir ja schon. Man muss die gar nicht lange mehr aufhalten. Obwohl haben wir auf dem Hinweg, glaube ich, auch nicht gemacht. So viel gibt's hier auch nicht Seen. Obwohl die schon so ein bisschen aufgetauter aussehen. Die sind total grün im Sommer. War ein bisschen passiert. Oh, jetzt wird's wieder. Ja. Gefährlich hier. Gebranntes Kind. Scheut das Feuer. Hier ist immer noch ein Glatt. Vor allem jetzt ist es nass obendrauf. Da ist sogar noch ein Glatter, ne? Oh. Deine Freunde kommen. Down here, Raser. Ja. Hier haben wir noch einen Parkplatz gefunden. Na hinten ist ein großer Parkplatz. Ja, das ist... Ich weiß es auch nicht. Ich versteh das auch nicht. Oder muss aber auch. Komm, du kommst doch nicht. Ja, aber... Nee, das ist richtig, aber... Ja. Oder ist der Voll da? Ach, da ist auch keiner, ne? So, wo müssen wir hin? Hier links über die Straße. Wir müssen jetzt verderben. Ach, weil der Voll ist dahin wahrscheinlich. Bist du sicher? Bist du sicher? Ja. Warte mal. Siehste? Nee, wir müssen da hin, wo wir weggekommen sind. Siehste? Da müssen wir nämlich rüber. Ja, und da hinten sind wir gerade. Ja. Mahlzeit. Bist du da Schutzhütte? Hallo. Bist du da Schutzhütte müssen rauf? Dann müssen wir da weiter hoch. Siehste? Siehste? Da steht nämlich glaube ich auch Rasensburg drauf. Naja, das steht auch. Hier war ja mal Stärkung. Was ist das denn hier? Was? Privatweg. Gesperrt. Für Kraftfahrzeugverkehr. Außer Forstbetrieb. Nein, nein. 3,1 Kilometer bis vor Ravensburg. Ein bisschen aufpassen hier. Ja, wir gehen vor. Aてma. Wie? Ne? Tu泥. Kimm, Fahrt. Im Stephanie Size. Alter, da sind wir schon wieder weg. Glattiger. Das ist er ja. Nicht mehr aufpassen. Ich guck den Langlanger. Frisch. Den beiden Hunden da. Bestimmt. Ich guck den Langlanger. Das ist es. Ich guck den Langlanger. Was für eine Skipiste. Ich guck den Langlanger. Oh, das Schlitten. Ich guck den Langlanger. Was denn? Ja, hier. Aufpassen. Wir zahlen für 2-1 hier. Alter, ho, ho, 3-0 gibt's gleich. Alter. Wo geh ich her? Wo geh ich her? Komm ein bisschen nach hier vorne. Ich guck den. Ich guck den. Ich guck den. Da. Ja. Da. Ich guck den. Ich guck den. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ein Insider am Segen, das ist ein Insider von den Zockern. Ah, hier ist es mir. Soll ich euch ein bisschen Efeu mitbringen? Hier ist genug. Monster Hunter, muss ich zwischendurch Efeu sammeln. Ist doch am Craften. Was für ein Spiel? Monster Hunter heißt das. Monster Hunter von Konami. Hammer, Hammer-Spiel hier. 4.4. Ja, kommt auch für den PC raus, aber erst später. Nee, zur Zeit erst nur für die Konsolen. Xbox und PS4. Richtig. Cooles Spiel. Ich glaube, mein Rechner ist schon zu langsam. Ja, egal. Bis denn auf dem Laufen habe ich ihn sehr gehalten. Obwohl, ich sag mal, in den letzten Jahren ist da auch nicht so viel passiert in der Grafik. Also, die reicht. Für Björn, der ist ja auch schon zig Jahre. Der zockt da auch noch seine aktuellen Spiele mit hier. Okay, den muss ja auch nicht verraten, da weiß ich auch. Wollte ich gerade sagen, du spielst ja auch nicht in 4K und was irgendwie. Das ist es ja. Full HD reicht ja auch voll und ganz. Also, die meisten Rechner reichen dafür. Ja, fliegt das meistens schon jetzt Windows 10 oder so, ne? Ja, ich hab ja jetzt normales. Was? Windows 10 habe ich ja nur ein Auto. Ja. Ja. Konsole finde ich einfach. Da muss ich nicht so viel um den ganzen Scheißen kümmern. Ab der jetzt kommt, zack, einmal drauf. Fertig. Angenehm. Ich hab genug Scheiß auf die Firma, dann muss ich mir wieder zuhause auch noch. Ja, ich suche schon gerne meine Sachen und meine Urlaub. Ich suche schon gerne mit den Maus und eine Tastatur. Du, das habe ich ja auch. Das habe ich ja auch. Das ist was anderes. Ich habe keinen Bock mit hier. Ne, ne. Das kann sie knicken. Das würde ich auch nicht. Aber du kannst natürlich auch eine Maus und eine Tastatur genauso anschließen, ne? Und wenn du damit surfen willst, das geht dann auch. So. Aber. Und wie gesagt, und preislich ist das ja auch eine ganz andere Liga. Ob du jetzt eine Konsole hast oder ein PC, ne? Ja, wenn du was vernünftiges Neues haben willst, was du das haben willst, musst du schon hinblättern. Ja. Ja. So dumm wie damals sind wir ja nicht. Nein, nein, nein. Ich denke, was du damals immer ein Geld ausgegeben hast für den Scheiß, ne? Ja. Brauchst du heute auch gar nicht mehr. Das ist... Ja, früher war es noch anders. Da hast du so richtig Leistungssteigerungen gesehen, heute siehst du das gar nicht. Ja. Die sind damit groß geworden. Ja. Und dann wird die Generation, die kann uns ja keiner mehr wegflogen. Ne. Und das ist immer so über Björns gerne, die interessiert das auch gar nicht. Die sind das kleinste Detail so... Die wollen einfach nur zocken, weißt du? Genau. Und die sind von der Zeitung an mit Eintippen angespannt. Ja. Großelig. Ja. Ach Gottchen. Ja. 40 Jahre vorbeizt. Ja. War ganz lustig, aber... 40 Jahre, ne? Ja. 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 Ja, ja. Einmeldung. Einmeldung, Was? Einmeldung. Kannst du lesen? Biathlon, Massenstart. Was ist das denn? Alter. Schlemp holt Silber. Was lässt du dir für eine Kacke hier aufs Handy posten? Schlemp holt mir Silber. Wen interessiert das? Wer ist Schlemp? Verbot für Kraftfahrzeuge aller Art. Gut, dass wir kein Kraftfahrzeug sind. Schau mal da hin. Andio. Gut möglich. Das sieht ganz schön fett aus, ne? Das ist doch echt schön warm. Mit dem Sonnenschein. Ja. Was ist denn das für die Biogasanlagen? Ja. Was heißt, du bist doch bestimmt hoch, oder? Nee, hoch nicht. So hoch geht's da wieder rum. Na dann. Na dann gehen wir weiter den Schotterweh hier. Na ja, wir haben auch schon ein bisschen getan heute. Wenn das hier jetzt alle grün, links, rechts, dann wäre das ja so schlecht. Das stimmt. Dann würdest du doch den ganzen Scheiß da hinten sehen. Aber riegendwo. Jo. Natur. Das ist Natur, Achim. Natur. Ach, das weiß ich nicht, wo wir sind. Das weiß ich nicht, wo wir sind. Wir müssen jetzt die Straße überqueren. Da geht's nochmal ein bisschen. Start aber schon. Dann baut das was da. Parkplatz von der Biogasanlage, keine Ahnung. Von der Gestanksanlage. Genau, von der Gestanksanlage. Darum stellen sich die Leute alle hin. Die müssen da arbeiten. Die scheißen da alle rein. Da oben müssen wir hin. Da oben müssen wir hin. Alter Falter. Jetzt geht's nochmal richtig alles abverlangt von uns. Ja, das geht gleich nochmal ein bisschen um. Jetzt kommen wir nochmal richtig ins Schwitzen. Dabei schwitze ich doch schon. Hier ist einer Wildschwein. Alles Efeu hier. Achim, hack das ab. Ich brauch das. Hier kannst du genug erden. Im Spiel musst du rumlaufen von einer Ecke zur nächsten. Hier ist alles an einem Baum. Mensch. Ja, und? Für Efeu? Für was? Da kannst du dann... Nee, da kannst du dann... Kräuter, Getränke, Kräutermix, Medizin und... Ja, das ist das normale. Und sonst scheiß alles machst du da raus. Ja. Was fehlt noch hier? Dreckige Schuhe hier noch. He? Zum Ende. Siehste, 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 siehste. Das wäre schon fast gewesen. Das wäre mal ein 2,1 gewesen. Mann! Ich bin doch mal gerettet. Der... Das gilt sowieso nicht. Das war höchstens 1,5. Das war keine 2. Ich hab nicht richtig auf die Erde gelegen. Ja. Ach, scheiß drauf jetzt hier. So, wo sind wir hier? Brauchst du noch Brennholz? Ha? Nicht. Hier, mehr als genug. Das war's. Das war's. Das war's. Und der kleine Rastplatz. Das sieht bisschen aus. Und der kleine Rastplatz. Ja. Ja. Hey, weißt du was? Guck mal, Alter. Die ersten Maiglöckchen. Da hinten auch. Die ersten Maiglöckchen. 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 Malzeit. Das ist der richtige Gegenverkehr. Malzeit. Malzeit. Mahlzeit 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 Ja Na ja Nee Nee, nicht, nee. Ich muss noch nicht. Okay. Wir gehen. Da fällt mir den Namen auch wieder ein. Ich glaube, Richtung Suisenturm. Okay. Nee, 3,5. Okay. Mahlzeit. 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 Ja. 25% Akkuleistung. Wie viel? 25. Ja. Für die Burg auf jeden Fall. Dann machen wir Feierabend. Wir sind noch ein bisschen der Rückweg. Schließen wir dann ab. Achtung, Augenschwießer. Achtung, Augenschwießer. Schöne. 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 Was denn? Was denn? Hä? Du fyllt das von der Vigile. Echt? Ja. Du hast ja auch was mitnehmen. Hast du doch schon fotografiert? Ja, aber für die Tuben muss ich doch ein paar Gutes haben. Achso, ja, ne, das stimmt. 70 Kilometer, der LGW. 160. Mach ich ganz so schlecht mit 150, ne? Oh, was denn? 100 Kilometer, ja. Von Rheine. Rheine wusste ich. 160. Hier ist der Punkt. Ja, 40. Ja, da müssen wir da mal hin. Fällen wir das gerade. Ja. Ok, komm. Der geht zum Luisentum. Dreieinhalb noch. Ja, guttun. Vier. Ja, Luisentum. Vier. Aber so weit müssen wir doch gar nicht, oder? Ja, ja. Das haben wir schon kratzen. Ja, das kannst du ja. Ja. Das tut Morde aus. Ja. Ruine, würde ich das nicht sagen. Ein bisschen mehr wie Ruine. Ja, das stimmt. Ja, das wird so gut. Dann hätte ich gleich ankettern. Ich hab' ich gesagt. Zwischen die zwei Häuzen vom Pumpen. Untertitelung des ZDF, 2020 Na, vertragt euch! Wahlzeit! Wer ist denn doch empfindlich? Achtung, du darfst nicht auf den Mauern klettern! Ja, da kannst du dich noch! Da ist der Brunnen! Welcher Brunnen? Das haben sie umgestellt! Ja, komm! Mach doch nochmal! Ne, ist zu! Kannste nicht! Ist zu! Dann dahinter! Ist zu! Dahinter! Ja! Wie dahinter! Wie dahinter! Du hast den Kopf runter! Du hast das Loch! Das Loch kriege ich dir nicht! Ja! 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 Kann ich da durchschieben, ne? Ja! 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 Was ist hier noch hier? Ja! Ja! Mach doch mal ein paar Fotos hier! Ja, hab ich doch alles! Ach ja schon! Ja! Was haben wir hier denn noch hier? Was steht hier? Ein Blick in die Vergangenheit! Vielleicht ist... Ich muss mit Mutter reden! Vielleicht war die hier! Aber die... Ja! Haben sie wieder aufgebaut! Deswegen ist das jetzt keine Burgruine mehr! Ja! Guck mal! Das siehst du! Der Turm ist alles neu! Haben sie neu! Neu aufgebaut! In Formatio! Klassenzimmer! Hier ist ein Raum, das wäre ein Klassenzimmer oder hier? Okay! Der Schlitter hat schon wieder! Zur Erinnerung an die 300. Jahrfeier der Vereinigung der Grafschaft Rasensberg mit Brandenburg-Preußen errichtet unter der segensreichen Regierung Casabellems II. vom Kreise Halle. Solange deutsche Eichen stehen, soll Rasensburg nicht untergehen! Guck mal! Siehste? Die deutsche Eiche! Wahrzeichen! Wahrzeichen und Wohnungen! Ja, guck mal! Da gehen wir doch mal rein! Und gucken uns das an! Was ist hier denn? Lüfter! Okay! Was? Mitte April! Was Mitte April? Mitte April! Ach, Mitte April erst? Ja, Mitte April 10! Wo war das hier hin? Gibt's Kaffee oder was? Auf der anderen Seite geht's auch rein! Du bist hier draußen! Okay! Au, innen ist richtig was los! Ja, guck mal! Ja, guck mal! Ja, siehste! Ja, siehste! Ja, 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 ja! Alles gut! Kein Durchgang hier, siehste! Du kommst doch von der anderen Seite rein! Ja, müssen wir wohl! Müssen wir wohl! Ja! Ja! Hübsch! Ja! 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 Ich würd auch sagen, lassen wir uns hier abschließen! Ja! Fazit! Fazit! Ja! Ich fand die Runde gut! Hat mir auch sehr gefallen! Wetter war toll! Ich kann die auch mal! Ja! Was ist das erste Mal hier in der Burg? Ja gut, das ist eine kleine Burg! Ist nicht so toll wie die von letzter Woche! Wenn's jetzt hier in eurem Kuchen geht! Ja! Dann lassen wir uns mal überraschen! Ich würd sagen, euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag! Wir trinken jetzt ein Käffchen! Bis nächste Woche!